Und da sind wir wieder. Zurück bei Assassin's Creed Valhalla und wir stehen immer noch auf dem Dach. Wunderbar, er hat sich erst gemerkt. Rune des Schattens. Wir haben immer noch Rune, die wir nicht ausgerüstet haben, glaube ich. So, und eine Sache, die ich gerne machen würde. Wenn wir schon keinen eigenen Stall haben, können wir unser Pferd auch wechseln bei einem anderen Stall? Hm. Das ist die Frage. Das müsste ich mal austesten. Und vor allen Dingen muss ich gucken, wo waren wir denn gerade? Inventar. Was hatten wir denn an Quests aktuell? Ein neues Zuhause, lalala. Eine kurze Geschichte der Verborgenen. Ach. Ich wollte, glaube ich, auch noch mal zurückgehen, ne? Ich wollte, glaube ich, noch mal zurückgehen zu... Können wir hier nicht? Abgeschlossene Quest. Ein neues Zuhause. Siedlungsstufe 3. Wir haben zwei, haben wir erreicht. Finde und Töte Mitglieder aus uns. Die dauern ja Ewigkeiten. Falsche Reihe wäre jetzt aktuell die Quest. Aber wir hatten noch eine in den alten Landen. In Norwegen. Da würde ich gerne vielleicht noch mal schnell hin. Vielleicht noch mal schnell nach Norwegen. So. Ähm. Wo war denn die Weltkarte hier? Atlas. Wir fahren noch mal ganz kurz nach Norwegen. Da waren wir schon lang nicht mehr. Und da ist echt schön. Und ich liebe die Schneelandschaft von Norwegen. Da können wir ruhig mal hin. Und ich müsste langsam mal gucken, wie wir auf den männlichen Mann wechseln. Dass wir einfach mal das Geschlecht zwischendurch wechseln. Weil wir bis jetzt nur als Frau... Ich sag grad, wie wir das Geschlecht wechseln. Auf einmal schlägt das Fenster hier zu. Ohohohoho. Gott gefällt das nicht. Wir müssen ab jetzt immer Frau spielen. Okay, gut. Wir sind zurück in Norwegen. Ich find's geil, dass es geht. Und dann gucken wir mal ganz kurz ein bisschen durch. Vornberg. So. Oh. 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 Ja. Fomska Fipse. Fomska Fipse ist mir persönlich auch mein Anliegen. Ok. Wenn ich jetzt hier in die Quest gehe, hab ich dann die Quest für hier. Haben wir nicht... Wir hatten doch die Aufgabe, dass wir hier drei Rehe fangen sollten. Wo ist denn die Quest hin? Die seh ich ja... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Die sehe ich jetzt gar nicht mehr. Wir sollten hier drei... Drei Rehe sollten wir schießen für die Jägerin. Oder ist die... Hat die gesagt? Nö. Warte, warte. Da war das Questlog nochmal gerade. Was? Ah, okay. Scheiß drauf. Inventar. Genau, wir hatten die Quest in der Tasche, aber wir hatten die Quest auch... Sammelobjekte... Eine milde Jagd. Ein Jäger in Vornberg verlangt drei Geweihe. Genau. Drei Geweihe als Beweis seiner Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen hier nochmal drei Rehe schießen, schnell. Irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, wo. Ich kenn mich hier auch nicht so gut aus. Wir sind hier auch noch nicht so rumgelaufen, so groß. Und wir haben hier noch ein paar Sachen. Wir hatten hier noch ein paar Sachen, die wir noch durchgehen wollten. Ne? Erstmal wieder ein bisschen orientieren. Das dauert immer so ein bisschen. Ähm... Der ist nicht synchronisiert. Ich würde hier auch gerne alles synchronisieren und natürlich auch die Sachen einsammeln. Aber ich würde dann auch questmäßig gerne weiterkommen. Alles in allem... ...wird es ein bisschen dauern. Fürchte ich. Was? Okay, komm ich da... Komm ich hier irgendwie... Ich muss nochmal auf der Karte gucken. Komm ich da irgendwie raus? Wir sind jetzt hier hinten irgendwo. Wir müssten hier aus der Meerenge auf die andere Seite. Okay, aber hier ist noch was. Ich weiß aber nicht genau, ob wir da überhaupt hinkommen. Empfohlene Stärke 1. Also das, äh... Ja, inzwischen dürfen wir alles zeigen. Das Spiel ist ja raus. Das Spiel ist rausgekommen. Wir haben jetzt gar keine Limits mehr. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da oben hinkommen. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Ich glaube, da kommen wir ziemlich zügig hin. Das Gebiet habe ich nach zwölf Stunden komplett erkundet verlassen. Zwölf Stunden... Zwölf Stunden, sagste? Das, äh... Das wird schon stolz, glaube ich. So. Na los, hoppala. Das schaffst du lockerla. Dann hier nochmal hoch. Da oben ist noch eine Brücke zu irgendwo. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auf die andere Seite vom Berg. Da müssen wir nicht immer rumlaufen. So. Hier hat jemand Rassen gemacht. Was denn hier? Warte mal, erster Freier? Heißt der Typ wirklich erster Freier? Also Freier wie... Bei einer Hure? Äh, Sexarbeiterin. Entschuldigung, Sexarbeiterin. Und so weiter. Sendschreiben einer Jungfrau. Grüßet, hapferer Krieger. Kommet, meinen Kamm zu suchen. Verloren liegt ihr in tiefen Weiten. Wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibet, heiß das Blut. Verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich am rauschenden Fluss. Dem Helden winkt zum Lohn. Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. Okay, Freier wahrscheinlich wie Hochzeit dann eher, oder? Da gibt's ja nicht nur... Da gibt's ja... Da gibt's ja nicht nur die... Ein Freier, es gibt ja auch die anderen. So, sprecht meine Damen. Was denn los? Ich glaube, ihr habt ein paar Stellen übersehen. Wonach suchen diese Männer? Nach meinem Kamm. Wer ihn findet, gewinnt einen Abend in meiner Gesellschaft. Willst du mitmachen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Die sieht aus wie ein Psychopath bei Until Dawn. Naja. Naja. Oh, das scheint sehr, sehr kalt. Wow, was? Wir kriegen Damage? Im Wasser? Wir könnten's aber schaffen, ne? Also... Hält, sieht gut aus. Na los. So Leute, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich wette, das war's wert. Ich wette, das war's wert. Ich wette, das war's wert. Gebt dem Typen den Kamm. Was? Kann man das überhaupt? Geht gar nicht. Also euer All verehrt euch, aber... Und ich hab da ewig gesucht. Achso, ich hab einfach nur... Hab einfach nur... Ja. So. Ich glaube, das ist deiner. Stell die Suche ein. Die Gewinnerin hat meinen Kamm gefunden. Gut. Der Preis dafür, meinen Kamm zu finden, ist etwas Zeit mit mir. Wow. Ein Spaziergang oder auch mehr, wenn unsere Unterhaltung es nahe legt. Verstehe. Nach dir. Du wirkst anders als die, die sich sonst auf mein Spiel einlassen. Du hast eine Schwere und eine Zartheit. Zartheit? Die anderen sind wie Keulen, stumpf und plump. Du bist Grazilla. Wie ein Messer. Ist dein Verlangen so stark, dass jede Dahergelaufene dir genügt? Einst war ich verheiratet. Mein Alfie ist vor fünf Wintern gestorben. Unsere Ehe war perfekt. Ich brauche keine neue. Doch, soll ich den Rest meines Lebens ohne Liebe und Zuneigung verbringen? Ich denke nicht. Und der Kamm? Ob Kamm, Brosche oder Armreif, ist egal. Solange ich es verlieren und eine helfende Hand es finden kann. Schon etwas Interessantes erlebt dabei? Einmal dachte ich, derselbe Mann wäre mir dreimal begegnet. Da hatte ich Angst. Doch es waren Drillinge. Ich glaube, sie hat nicht nur den Gürtel, sie hat den Gürtel. Wenn dieser Kamm dir nichts bedeutet, was soll ich damit tun? Behalte ihn. Kämm dein Haar. Oder lass es von mir kämmen, wenn du magst. Mein Haar kämmen? Ist es das, worum sich diese Männer streiten? Ich könnte mehr tun. Ich könnte alle Knurren und Spannungen finden und sie lösen. Wenn du willst. Ja. Boah. Also da muss ich leider im Rahmen des Let's Plays, ja. Im Rahmen des Let's Plays, damit wir auch alles vom Spiel zeigen. Ja, das tut mir furchtbar leid. Wir haben halt echt viele Haarknoten. Meine Schultern sind verspannt. Ja. Und mein Haar ist struppig. Diese Knoten könnten eine zarte Hand gebrauchen. Dann lass mich. Zarte Berührung. Harte Stimme. Das hat Spaß gemacht, Eivor. Behalte den Kamm als Erinnerung. Danke, Biel. Du hast Knoten gelöst, an die ich selbst nicht herankomme. Ja, und wo ist die Sexszene? Okay. Nein, es ging nur um Haare, Leute. Es ging nur um Haare und Knoten. Was? Okay. Es ging um Haare und Knoten, Leute. Und nichts anderes. Die Frage ist nur, welche Haare? An welchen Stellen? Ich mein, Wikinger waren doch bestimmt haarig. So. Man weiß ja nicht genau. Achselhaare, Rückenhaare. Nein, es ist kein Witcher 3. Nein, nein, nein. So. Kann man den Kamm wegen Betrug wieder zurückschmeißen? Ja. Obwohl ich zugeben muss, Moment, das ist jetzt... Also, jetzt mal ganz kurz, mal ganz kurz Real Talk, ja? Ohne, ohne Notgeilheit oder sonst irgendwas. Ich finde, tatsächlich, das Spiel ist halt sehr brutal. Generell, Essence Street geizt ja nun nicht mit Mäucheleien, Todesursachen und so weiter. Ich finde, auch so ein Thema könnte man eigentlich ruhig Erwachsener behandeln. Oh. Ach, der ist schon tot. Stimmt, ich habe den Kurzbogen. Diesen sehr schnellen Kurzbogen. Rentiergeweizt, brauche ich auch neue Pfeile. Ich brauche neue Pfeile. Shit. Ich hole mal kurz im Dorf Pfeile. Weil Leute ja so gerne, Essence Street wegen dem nordischen Thema, ab und zu kommt es vor, dass es mit Witcher verglichen wird. Ich finde, Witcher hat das zum Beispiel sehr geschmackvoll gemacht mit den Szenen, auch wenn die sich oft wiederholen. Also, da gibt es nicht so viel Abwechslung, aber das finde ich zum Beispiel sehr geschmackvoll. Hm. Hm. Okay. Ja, vor Cyberpunk habe ich Angst, was das Thema angeht. Da wird bestimmt gebimst ohne Ende. Gebimst ohne Ende. Alles... Da wird... Monetarisierung kann ich gleich auslassen. So, warte, ich hole kurz Pfeilen. Äh, Pfeilen. Ich hole kurz Pfeilen. Für meine Fingernägel. Äh, Pfeile. Wo? Ich muss mit der Steuerung erstmal wieder ein bisschen... Üben bisschen, so ab und zu mal. Haben wir denn hier irgendwo Pfeile? Schimmere Pferde. Da? Hier gibt es relativ wenig Feinde, ne? Komm schon. Würfeln hat noch niemandem geschadet. Doch, dir. Letzte Runde. Falls du dich erinnerst. So, gibt es denn hier keine Pfeile? Wenn ihr irgendwo Pfeile seht, sagt Bescheid, ne? Na, meine Feine? Nur Pfeiler, keine Pfeile. Hm. Was ist denn hier los? Ähm. Äh. Wahrscheinlich ne Demo. Hier kann man saufen, aber da fehlt der Typ. Es gibt hier keine Pfeile. Ich brauch Pfeile. Was denn hier? Hä? Ich... Okay. Einfach mal chillen. Aber wirklich. Oben rechts ist ne Pfeife. Ja, wir brauchen keine Pfeifen, wir brauchen Pfeile, Leute. Und vielen Dank. Da kannst du untertauchen. Ja, ne, hier nicht. Dann wird ja auch untertauchen da stehen, nicht interagieren. Das war einfach komisch. Okay. Ich find hier grad keine Pfeile. Vielleicht könnten wir mal probieren. Da das hier dieser Kurzbogen ist... Kann ich nicht im Inventar einfach sagen. Also der Kurzbogen ist eh... Ich mag den anderen lieber, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den Hundenbogen lieber. Den können wir sogar noch verbessern. Aber da warte ich noch auf den richtigen Bogen. So. Zwölf Pfeile haben wir jetzt. Alles klar. Da hätten wir gleich wechseln können. Hätte ich mal dran gedacht. Oder ihr. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, das haben wir doch gesagt, Gronkh. Das war unsere erste Idee, die uns kam. Ich warte nur drauf. So, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, aber du kannst immer Köche upgraden. Diese Pfeilarmut am Anfang nervt. Ja. Ich würd mir auch gern selber welche craften. Das war die erste Idee, die wir haben. Äh, die wir hatten. Haben wir doch gesagt, Gronkh. Das haben wir doch gesagt. War doch klar. Ach, schön. Und deswegen streame ich so gerne. So. Sich von Klugscheißern beleidigen lassen, ist mein Lebensinhalt. So. Oh. Sehr vertrauensvoll neben der Leiche von dem anderen. Ist doch die Leiche, ne? Ja, sieht sehr leichig aus. War wahrscheinlich, war wahrscheinlich der Partner. Wie konnte man auch nicht drauf kommen? Wir hatten dich dahingehend informiert. Oh, hier ist Ende. Ah, hier ist Ende. Wir sind am Ende der Simulation, glaube ich. Wer schreit denn hier so? Muss ein Fuchs sein. Gebiet nicht verfügbar. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Wir gehen gleich wieder zurück. Wir sind am Ende der Simulation angekommen. Zumindest von Norwegen. So. Und das wäre das dritte Geweih. Huch! Wir legen noch einen schönen Breakdance hin. Okay. So. Das ist das dritte Geweih. Wir müssten es also eigentlich... Eigentlich haben wir die Quest gelöst, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die noch haben. Ich wusste schon immer, dass Norwegen nicht real ist, sondern nur eine Simulation. Ja, wie kann ein Land so schön sein? Wie kann ein Land so schön sein wie Norwegen? Genau wie Neuseeland. Das gibt es bestimmt auch nicht wirklich. Das ist genauso simuliert wie der Mond. Das weiß man. Eins fehlt noch? Ne, drei. Drei Geweihe brauchen wir, ne? Zeig mal her. Wir brauchen nur drei und wir haben drei geschossen. Ich habe nicht geachtet auf das Kriegen. Oh, tatsächlich. Zwei. Okay. Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Entschuldigung. Wieso hatte denn der zweite kein Geweih? Was fällt denn dem ein? So. Neuseeland wurde nur für Herr der Ringe gebaut. Davor gab es das gar nicht, ne? Ist mir aufgefallen. Seit Herr der Ringe alle so, Neuseeland, Neuseeland, Neuseeland. Davor nie ein Wort davon gehört. Und ich glaube, Kim Notcom hat es erfunden. Ja, beruhige dich mal ein bisschen, ja? Ich würde hier auch ohne Murren hochklettern. Gar kein Problem. Leider habe ich da keine Zeit für, ja? Also beschwere dich mal nicht. Okay. Wo geht's denn hier hin? Natürlich ist Norwegen nur eine Simulation. Das sieht man doch. Oh Gott, ich liebe das. Ich krieg, ganz ehrlich, bei diesen neuen Spielen, ne? Krieg ich so oft Fernweh. Mit dieser majestätischen Landschaft. Obwohl bei Skyrim auch. Ähm, ich krieg da so oft Fernweh. Aus irgendeinem Grund immer bei Schnee und Bergen, und so Aussicht und sowas. Ich weiß nicht warum. Da waren ja noch welche vorhin, ne? Da? dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddetta? Der is aber nicht ausgewachsen, oder? Plotttwist! Er wird's auch nich! Was? Hirschuhuf. Der hat Hufe So, warte Ich glaube, ich guck mal auf der anderen Seite. Das dauert mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Und das Gebiet ist zu eingeschränkt. Papa, Papa! Geht's dir noch gut, Papa? Papa, warum wirst du so kalt? So. Entschuldigung. Bisschen Dramatik hier einflechten. So. Aus dem Weg. Das arme Ding. Keine Sorge, das war nur adoptiert. Die haben es ihm nicht gesagt. Wird immer schlimmer. Ich weiß, es wird immer schlimmer. Bitte hört nicht auf mich. Ich mach jetzt folgendes. Ich schnapp mir jetzt ein Bötchen. Dann rudere ich zum nächsten Aussichtspunkt und wir nehmen das nächste, Entschuldigung, wir nehmen das nächste Geweih einfach irgendwo mit. Ich muss jetzt nicht hier die ganze Zeit nur rumhängen, um diese Quest zu machen. Abfahrt. Abfahrt. Das schönste Land ist der Hinterhof vom hessischen Anwesen. So. Abfahrt. Abfahrt. Abfahrt f нами. Einen Weg, öfters, der Fuhr sagt. Segel. Abfahrt. Abfahrt. Einen Weg. In Hall of Kings On ocean steed my words gained wings Oathings me thy thought will bring For noble deeds thine honor Huff! Zadierer! Zadierer! The brave man slain, Valkyrie awakes Schweindart Reward for strain, Duval huddle takes Ich liebe das The horns resounds the mighty hall For those who fight, for those who fall For those who fight, for those who fall Warlord weaves his web of fear Each man gets his hated cheer A blood red surged the warrior's shield Ravens scan the battlefield Ravens scan the battlefield Ravens scan the battlefield Ravens scan the battlefield The beat and blaze our trail of red With clothing gaze upon the death And horns resounds the mighty hall For those who fight, for those who fall Es ist so gut einfach, ne? Es ist so gut The horns resound the mighty hall For those who fight, for those who fall May haunts resound the mighty hall For those who fight, for those who fall So Einer müsste beim rückwärts ausparken noch biep 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 machen Okay, dann schauen wir kurz Äh, Welt Wir müssen hier oben rechts rum fahren Hier, die goldene müssen wir auf jeden Fall holen Und ich will die Teleportpunkte haben Ich hoffe das ist für euch okay Okay Da oben müssen wir hin Dahin führt uns unser Weg Mit der Einhorn-Regenbogen-Kompi wäre das nicht passiert Ah, naja, naja Okay Schaust du eigentlich noch Tests zu spielen Wie den von Gamestar zu Ball Nein, mach ich gar nicht mehr Ich mach mal meinen eigenen Eindruck Ich traue inzwischen keinen Steam-Reviews mehr Ich traue keinen subjektiven Was? Äh Und diese Ich bin ganz ehrlich Diese Berichte sind mir auch ein bisschen zu subjektiv Wie auch dieser Stream hier subjektiv ist Aber man kann sich das Spiel ja selber angucken Ob's einem gefällt oder nicht Ob man das selber spielen will oder nicht Kommen wir überhaupt raus? So, kann ich jetzt hier einfach sagen Ich will raus Und dann müssen wir irgendwie da oben hoch So Also ich weiß jedenfalls Ja, ich weiß jedenfalls ganz unabhängig Nur weil ein Spiel jemandem Ob das in der Redaktion ist, ob das ein Let's Player ist Ob das sonst irgendwas ist Nur weil's ihm vielleicht nicht gefällt Heißt es noch lange nicht, dass es mir nicht gefällt Umgekehrt aber genauso Nur weil's dem gefällt Heißt es noch lange nicht, dass es mir gefällt So, das ist immer Das ist immer sehr subjektiv Ob man selber Spaß daran hat So, da haben wir noch was Wir sind gleich da Pünktlich zur Nacht Ja, hier ist es nicht Äh Oh Gott Ist das eine gute Sache? Ist das gut, was ich hier gerade mache? Das ist wahrscheinlich nicht der gewollte Weg, ne? Aber Ich meine, es ist Assassin's Creed Jeder Weg Funktioniert irgendwie Das hier ist der gewollte Weg, glaube ich Hallo Ja, das nehm ich aber auf jeden Fall mit Das klingt hier so komisch, ne? Ich war heute voll geschockt, als ich dich als Bösewicht in Legion enttaten hab Was heißt Bösewicht? Der ist einfach nur missverstanden So ein lieber Mensch Der will die Sicherheit der anderen Stellt er über seine eigene So ein guter Kommen wir hier hoch an den Eiszapfen? An, okay an Eis kann man Ich verstehe warum Alter Da müsste es hoch gehen So warte Warte Ja, das ist keine gute Idee Da müssten wir hier Nein, 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 nein Ganz vorsichtig hier entlang Oh Gott Oh Gott Geschafft Ich springe hier nicht runter Hier ist nirgends Stroh Kann ich in Schnee runter springen? Ist das ne gute Idee? Ist keine gute Idee, ne? Hier ist... Aber da ist, guck mal, da ist, äh, da kann ich abbauen Oh Gott, auf Eis landen? Ausnahmsweise springen Nein, nein, nein Ausnahmsweise spring ich mal nicht runter, wir werden genug Gelegenheiten haben Ihr wollt mich nur sterben sehen Im Spiel, hoffe ich So, guck mal hier spring ich jetzt runter Jaaa Todessprung Das war fast genauso gut Hier ist alles knüppelhart Den Todessprung lernst du erst später Nein Nein, ich glaube da Bist du einer Fehlinformation aufgesessen Wir können den Todessprung sehr wohl Und haben ihn bereits performt Und zwar mit Güte und Klasse Oh, ah, das wäre der Weg gewesen, wa? Aber das Schöne ist, wir sind nicht festgelegt auf dem Weg So, okay, Eisen müssen wir auf jeden Fall immer sammeln Eisen erst plus zwei, nice, lohnt sich richtig Ähm Hier hinten wäre noch was, aber ich würde erstmal hier gucken Die Punkte würde ich mir gerne anschauen 938, okay Das ist also ziemlich gleich in der Ne... Hä So Ähm Was war das denn? Du sollst da rüber laufen Hä? Hä? Ohhhh Es ist eine Seilrutsche nach unten Und die rutscht direkt nach unten, ne? Die klettert nicht rüber Na gut Na gut Na gut Also schläft Ivan während seiner Wache Das erklärt einiges Ja Und ja, ich will die Punkte mitnehmen Weil hier immer kleine Storys hinter stecken Das ist nicht irgendein Zettel, den man findet Sondern das sind schon, äh, ne? Also gut, ich nehm auch Zettel mit Wenn wir den finden Mein Freund Moment Wegen ihm kamen nämlich die Attentäter ins Dorf Schlafwandler Wenn wir sterben Sterben alle Darf nicht Einschlafen Muss Sehen ob sie kommen Wie ich Montagmorgens Huh Ivan, wach auf Du läufst auf eine Kante zu Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Ach, warum ist er wach? Ivan, ganz ruhig Du hast geschlafen Nein Ich bin durch die Luft geflogen Ja, im Schlaf Ein unwirscher Weckruf, ja Aber immerhin lebst du noch Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach Du bist müde, wenn du aufstehst Und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst Du bist so weise wie Odin, Eivor Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst Und schlafe, wenn du im Bett bist Doch jetzt melde dich schnell zurück Bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst Los! Der traumwandelnde Krieger Wow, wie der da abgeht Prima Prima Du läufst zwar eine Kante zu Ich ersteche ihn vorher Ich wollte ihn ja nicht Ich wollte ihn nicht erstechen Ich wollte ihn wach machen Ich wollte ihn ja nur ein bisschen wach kitzeln Okay, da gehe ich mal nicht runter Äh, ganz kürze auf der Karte Welt Hier drüben wäre noch was Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen 460 Meter Ganz ehrlich, ist ja gleich um die Ecke Das ist ja direkt hier So Klimper, klimper, klimper Schön mit dem Himmel Ja, das ist ja direkt um die Ecke Das ist ja Quasi schon hier Fertigkeitspunkte machen wir gleich Wir werden erstmal ein paar kriegen Wenn wir die silberne Dinger machen und so Ich glaube mit Fertigkeitspunkten werden wir so ein bisschen zugekackt weil Der Fertigkeitenbaum so riesengroß und verzweigt ist Dass man den sehr feintunen kann, glaube ich Ein Fertigkeitenpunkt, da macht er vielleicht nicht viel Unterschied Aber auf Masse gesehen Wären wir natürlich immer besser Wir sind schon gleich da Und ich frage mich, ob es möglich ist, den gesamten Skilltree aufzudecken Den gesamten Alle Skills mitzunehmen Oder ob man dann irgendwann zu Over wird Ja komm Der Weg ist wirklich zu lang Ich hoffe wir kommen hier hoch, wenn wir jetzt links rumrutschen Das mit dem Pferd hat nicht wirklich geholfen Aber Was ist das da? Hab zu viel Zeit reingesteckt? Ja ist möglich Boah das Leute das jetzt schon haben ist krass Das ist krass Da komm ich überhaupt durch? Die Antwort ist wohl ja. Also ich nicht, aber sie offenbar. Ach, wir müssen eh hier rein. Na sieh mal einen an. Ja, gut, direkt gefunden. Nice. Ach Erik, was ist nur aus dir geworden? Früher stolzer Let's Player und Streamer und jetzt sieh dich an, Erik. Ist er grau geworden? Hat der etwa graue Haare bekommen? Ach, dieser Erik. Warum sieht der auch noch so aus? Hast du abgenommen und zugenommen? So. Einen guten Tod. Erik. Oh, der arme Erik. Erik, was denn los? Hm? Was ist nur aus dich geworden? Sieh dich an! Wow, was für eine Gegenüberstellung. Du bist doch kein Dumm. Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lothbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften bis die Jahreszeiten wechselten. Hm. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur sechs von uns sind übrig, seine treuesten Drängir. Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer, sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Genau so. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Nein! Ähm, roter Schädel. Roter Schädel ist nicht gut, wir sind tot, ne? Wir werden jetzt sterben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden sterben. Wir werden jetzt sterben. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lothbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drangir erhebe ich meine Klinge. Alter. Ich kann nicht mal ausweichen. Alter, was? Ich weibe deine Leiche aus. Ja, das machst du wahrscheinlich wirklich. Ich weibe deine Leiche aus. Boah, das mit der Ausdauer ist immer hart. Oh, alter Junge. Beruhig dich mal. Hä? Du musst mich nicht beleidigen. Ich helfe dir gerade. Mist. Oh, das mit dem Ausweichen. Oh, ich habe nichts mehr. Doch. Boah. Boah, alter. Wo läuft der hin? Oh, shit, ich kann nicht ausweichen. Das mit der Ausdauer ist so hart. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe nichts mehr. Alter, willst du mich verarschen? Boah, alter. Rabe nicht verfügbar. Ja, der ist schon okay. Aber wir holen es hin noch. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber wir holen es hin noch. Letzten Spielstand laden. Wo ist unser letzter Spielstand? Da liegt Essen. So. Ja, ja, na, ja, na, ja, na, ja. Das Schlimmste ist die Ausdauer. Wenn die Ausdauer weg ist, kannst du nicht ausweichen und du kannst gar nichts mehr machen. Ähm. Wo sind wir denn jetzt? Am Ende von der Quest. Okay, wir holen es hier nochmal. Es ist einfach so, der Erik, ja, ihr kennt das ja, der Erik ist einfach zu gut. So ist es eben. Da kannst du nichts machen. Wenn der Erik zu gut ist, Erik hat den Kampf gewonnen. Ja, ja, ja. Fangt ein Muri war mal Erik One-Hit weg. Oh, ach krass. Ja gut, aber wir holen ihn, wir holen ihn mal. Du warst weiter als ich beim ersten Mal, aber du hattest noch die, du hattest noch die Sonder. Okay. Wir holen es hier noch. Aber ich mach das nicht jetzt, wir machen das ein bisschen später. Wir holen es den armen Erik aber noch. Wir könnten das schaffen. Aber ich würd' mich da jetzt dran festbeißen wahrscheinlich. Und ich würd' es zu hart wollen. Ich werde zu durstig. Ich kenn das. Und dann, äh, ja. So. Erik gewinnt den Kampf auf jeden Fall. Ist einfach so. Wahre Geschichte. So. Dann holen wir uns mal dieses hier. Ich weiß, unser Boot liegt gerade da oben irgendwo. Wobei, ich glaube, es ist egal, wo das Boot liegt, ne? Ich sehe, mit dem Speer ist das ja viel einfacher. Ja, ja, ja. Das denkst du. Das sieht immer einfach aus. Achso, ich dachte grad. So, wir müssen da oben hin. Es liegt daran, dass wir unsere zwei Fertigkeitspunkte nicht haben. Nach dem 20. Versuch hab ich ihn bekommen. 20. Versuch, okay. Ja, wie gesagt. Also, wir könnten's schaffen, aber ich will mich jetzt nicht unbedingt dran festbeißen. Ich hab immer im Hinterkopf, im Stream, können wir das zelebrieren, wenn wir fröhlich sind. Aber ich hab immer im Hinterkopf, dass dann die Folgen auf YouTube kommen. Und dann hast du quasi fünf Folgen lang nur den Einkampf. Schwierig. So. Muss nur gut dodgen. Ja, ausgewichen bin ich auch nicht. Muss auch gerade erstmal wieder in die Kämpfe reinkommen. Wir hatten noch nicht so viel Gelegenheit, diese Runde. Weil ich gerade hier hinterherjage. Aber ich will heute natürlich nicht nur Pünktchen sammeln. Wir werden ab und zu mal nach Norwegen zurückkehren. Ich werd jetzt Norwegen nicht in einem Ding durchziehen, glaub ich. Ähm. Ich würde auch gern mal wieder nach Englerland. Zwischendurch. Und da unsere Sachen machen. So. Oh. Da. Oh, okay. Wahrscheinlich ist das Ding unten irgendwo im Tal. Und ich kletter hier gerade über den Berg. Oh. Hätte ich mal nichts gesagt. Die springt immer so motiviert runter überall. Da hab ich immer Angst, dass sie gleich in die nächste Schlucht fällt. So. Let's go. Let's go. So. Findest du Valhalla besser als die Vorgänger? Kann ich noch nicht sagen. Ähm. Spielt sich genauso gut. Süchtet mich genauso an. Aber Valhalla ist das erste Assassin's Creed, wo ich endlich verstehe, warum Leute, die Assassin's Creed damals gefeiert haben, die Sache mit dem Animus so vermisst haben. Um das mal höflich zu sagen. Hab ich gerade Wölfe gehört? Es ist das erste Assassin's Creed für mich, weil ich erst seit Origins angefangen habe, das mir den Animus auch näher bringt. Ich könnte schwören, ich hab Wölfe gehört. Na, hier dampft aber noch die Schüssel. Lesen. Angesenktes Papier. Naja, äh. Oh. Probiant ist voll, okay. Da draußen. Oder da unten. Warte mal, hier liegt noch was. Achso. Für den Animus-Kram immer total dämlich. Hab ich auch immer gedacht. Ist aber nicht so. Ist ganz anders sogar. Eigentlich sogar eine supergeile Sache. Wenn man das jetzt noch richtig umse... umsetzt. Sag mal. Okay, da komm ich nicht durch. Gibt's da irgendein Fenster, wo ich was mit einem Pfeil vielleicht zerstören kann? Kann ich irgendwo durchgucken? Okay, über die kommen wir natürlich auch nicht rüber, weil es Spitzen sind. Ich mach mal ganz kurz gucken. Huch. Achso. Okay, dahinter blockt, aber... Ich war... Ich seh nicht, was dahinter was blockt. Huch. Dahinter ist ja mal nix, ne? Nee, ne? Das wird nicht gehen. Äh. Äh. Deckt das die Versicherung ab? Entschuldigung. Passiert aber nix, ne? Ähm, warte mal. Ich bin raus. Ciao. Ähm. Äh. Ähm. Äh. Huch. Ähm. We wish you... Okay, warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Ich bin... Ganz kurz, ganz kurzer Aussetzer. Ah ne, mit der Maus geht ja nicht, ne? Warte. Ja, das müsste... Das müsste gehen. Kann ich jetzt hier noch? Nee, okay. Geht nicht. Warte eine Sekunde, bitte. Äh. Nee, warte. Fröhliche Weihnachten. Und allen Menschen ein Wohlgefallen. Ist das nicht schön, dass die Menschen sich wieder wärmen können in diesen kalten Tagen? Ist das nicht schön? Ich bin... Ah, wuch. Oh. Oh, es gibt Geschenke, Leute. Weihnachtsgeschenke. Okay, das hab ich verdient. Das hab ich wahrscheinlich verdient. Ich piss auf euer Haus, um es zu löschen. Um es zu löschen. Ah. Schön. Okay, warte ganz kurz. Wir machen gleich weiter. Jetzt noch ein Glas Milch. So. Der Stern von Bethlehem. Schnell. Wir müssen los. Oh. Mürre und Weihrauch, Leute. Mürre und Weihrauch. Okay. Jetzt hört's aber auch. Oh. Oh, wie schön. Und als die Flammen des Hauses schwanden, da war Weihnachten vorbei. Ah. Ho, 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 ho. So. Gut, okay. Was soll ich machen? Ich mach wieder aus. Ich mach die Weihnachtsmusik wieder aus. Huch. Kann ich kurz hoch? Ja. Ich kann aber nicht weiterspielen, wenn die Maus nicht im Bildschirm ist. Interessant. Okay. Ich muss mit der Maus wieder rein. Erst dann kann ich weiterspielen. Das war echt schön, ne? Leute, ich bin ganz ehrlich. Diese brennenden Häuser, das macht mir Sorge, dass die mir so ein schönes Weihnachtsgefühl geben. Ich mach mir da langsam Sorgen um mich selbst. Und der Stern von Bethlehem. Ich mein, ihr seht's ja selber. Es ist noch Nacht und da drüben, das ist doch kein Zufall. Das ist kein Zufall. Jetzt ist er, ne, da ist er wieder. Irgendwie da rüber. Oh, die Musik, ne? Ist zwar keine Weihnachtsmusik, aber trotzdem. Okay. Nase juckt. So, oh, Meth. Ich wollte heute Meth trinken eigentlich. Oh, wa. Du willst mir doch verarschen. Krieg ich denn von hier aus? Ne, ne? Der ist zu weit weg. Wieso gebe ich mir die Mühe und klettere überall hoch? Wo ist denn der Hirsch? Warte kurz. Zu weit entfernt. Hä? Von hier muss ich ja noch treffen. Ähm. Hä? Kann es sein, dass es keine gute Idee ist, den abzuschießen? Hä? Was? 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 Ach so. Alter, der ist doch schlimmer als Erik. So, warte, warte, warte. Mal gucken. Der ist doch schlimmer als Erik. Oh, ich habe nur noch einen Pfeil. Das ist nicht gut. Oh, ich habe nur noch einen Pfeil. Oh. Oh. Oh, Junge, Junge, der wird sauer. Dashing through the snow In a one-horse open sleigh Schlaf schön, Rudolf! Rudolf, the red-nosed reindeer Died bitterlich in the snow Entschuldigung! Der lief besser als Erik. Das hat gut funktioniert. Das Bambi-Ende kannte ich gar nicht. So, das Köpfchen haben wir mitgenommen, aber der hat es noch dran, komischerweise, verstehe ich nicht. Das war echt ein schönes Tier. Das war wirklich ein schönes Tier. Aber wir können uns alle drauf einigen, das wird uns gut schmecken. So... 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 So...